heute an arbeitskollegen ein tag in der mittagszeit so, Auto möchtes Geld abhiemen was er vorhat war eines vorher war er ein wenig da hinten dann war er mal ein wenig da hinten und jetzt fahrt er da ein wenig anwärts und er hat hingehaut heute Zapfenkupplung durchgelassen jetzt steckt er wieder ein wenig aufwärts er fahrt nicht ganz so schnell kauft ein neuer Bullock, haben sie gesagt hast keine Probleme nicht, wenn du meinen möchtest, haben sie gesagt bis jetzt ist noch nichts gemacht bis auf den Rasenhof, das war ein gut alt bewährter Rasenmäher Bullock dann möchtest du da die Frontzapfen reinschalten, dann gehts von allein wieder aus, die Drecksau da schau ich her, jetzt geht da vorne ein KW-Führer und dann möchtest du da hinten bei der Steckdose einstecken und dann kann ich meinen, cool oder? der Schalter da ist ja zu raus zur Kraft gesetzt das möchte ich mir noch haben bei einem neuer Bullock beim Update haben sie irgendeine Zahlung vergessen und an der Zeit haut das nicht hin meinst du, dass sie dir auf den Kopf geschissen haben? ganz schön beschissen der Tag, oder? definitely ig Pause machen Chef, habe malheuer du meinst, dass du einfach müde bist? Ja, das ist eigentlich viel geil, braucht gar nichts mehr tun, das gefällt mir schon. Heute, hinter dem Kühler vom Steiergerät aufgewandt. Also heute, schnell Brennisslug-Materialien, passt. Wie ist denn das, spielt der Neu-Holland eigentlich heute einmal in den Schlaf reinwippen, oder was möchte er so eigentlich so? Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber der wippt die ganze so führe ich zurück, obwohl ich eigentlich nichts mache. Das sagt der Paiker eben, mei, fuchst mir das Klump. Heute Autofahren. Mei, so ruhig fahren, du da, kannst ja fast meinen, dass es ein Elektroauto ist. Ich weiß auch nicht, aber ich weiß nicht, der Saukarlein von mir. Ja, hat nicht hingekauft. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. So ist dein Auto waschen, oder? Warum hinkt du dich da vorne am Bullock dran? Der darf nicht überlastet werden. Also, Glück ist nicht dran, dass er nicht mehr so ganz umgeht, oder? Nein, nein, nicht! Beni, erklärst du mir mal was fehlt? Ganz cool. Weil ich suche, dass es mir nicht gereicht, dass ich irgendwas gemacht habe. Quasi Mottesfest! Jawohl! Ja, das ist so schön. Heute mit dem Ehofe an Holz. Heute mal gescheit durch den Bad zu fahren, oder? Geil! Voll um einen dummen Badzt und so. Oh, jetzt werden wir wahrscheinlich gleich Riesstfall auch noch. Ah! Ich bin ein GPS-Spray. Oh, warte. Oh, warte! Oh, warte! Oh, wie dich ist das? Oh, warte! Oh! Oh, warte! Also wir haben jetzt aus der Ladewagenfahrproduktion ausgestiegen und wir haben jetzt was anderes. Wir produzieren jetzt so vieles. Das besteht aus grünem Tee. Das ist eigentlich ganz schmackhaft, muss ich sagen. Ich habe es jetzt vorher das erste Mal probiert. Schmeckt gut. Also eigentlich soweit ganz geil. Gefällt mir. Jetzt wird es spannend. Wird der Mais auf Zeit gehen oder nicht? Nein. Ja. 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 Ja, das ist Áni mit der G cănger. Let's drive mit dem Turbibootzreifen Schneeräume, hau da Femi gut hin. Oh, das war ein verkehrtes. Ja, also heute, können wir mal in Goersburg fahren. Oh, ich leg's mir auch raus. Geil! Jetzt geht er mir nicht mehr weg, jetzt müssen wir ein wenig auflohnen. Gute Passat, schon gut auch. 5, 2, 10. Oh, Altkino Sen. Heute im Regal schlafen. Über Stock und über Stein, dann kann das wohl sein. 6, 6, bling, bling! 6, 6, bling, bling! 6, 6, bling, bling! Da sind Bibi und Tina, auch von Matthäus und Sabrina. Sie jagen den Wind, sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind. Wuhu! Der Hundi! Hundi, wawwah, Hundi, wawwah! Hundi, wawwau, Hundi! Hey! Pfft! Okay, ripsum! Aber da ist er ja! Ha! 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 Wenn's morgens, schau doch weiter! Ismogte! Lass uns an, schau doch irgendwie! Irgendwo! Irgendwo! Ich hab jetzt einfach nicht einregeln! Einfach Gas geben! Einfach Gas geben! Einfach Gas geben! Einfach Gas geben! Einfach! Nein! 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 Ja! Nein! Ja! Bei den letzten zwei Metern jetzt wahrscheinlich! Nein! Nein! Uh! Jetzt krieg ich ein bisschen Gas! Einfach nicht einregeln! Einfach machen! Ja! Ja! Wie war's? Alles klar, Kinder? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Ooooooooh! Wer wohnt in der Ananas ganz tief im Meer? Mann, 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 Mann! Die Beispiele! Ja! Jetzt keine Ahnung! Watts geht! Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017